Hallo Leute! Ja, ich glaube, wir müssen auch heute wieder über die Rente reden. Warum? Die AfD hat ein neues Feindbild, und zwar die Rentnerinnen und Rentner. Wie sieht das jetzt aus? Am Sonntag hat die AfD-Vorsitzende Frauke Petry ein Interview in der Welt am Sonntag gegeben. Dort hat sie unter anderem Folgendes gesagt, ich zitiere, an einer weiteren Verlängerung der Lebensarbeitszeit führt kein Weg vorbei. Außerdem werde man vermutlich über eine weitere Kürzung der Renten reden müssen. Dies sei brutal, aber unabdingbar. Darauf ist dann die Presse groß eingestiegen und hat genau dieses Brutal und Rente, brutale Rentenkürzung und Frauke Petry zu ihren Schlagzeilen gemacht. Und nun passiert, was immer passiert. Frau Petry war es nicht. Auf ihrer eigenen Facebook-Seite dementiert sie, dass die AfD Renten kürzen oder Arbeiter länger arbeiten lassen wolle. Und schreibt da langatmig, dass sie ja nur gesagt hatte, wie es sowieso kommen müsse. Das ist ja was, was wir bei der AfD öfter erleben. Also erst sagt jemand was, zum Beispiel, dass man an den Grenzen auch mal auf Frauen und Kinder schießen müsse. Und dann, ups, war man es doch nicht gewesen, ist einem die Maus ausgerutscht. Oder die böse Lügenpresse hat das entsprechend entstellt und erfunden. Wer lesen kann, ist klein im Vorteil. Ich habe gedacht, ich lese mal nach. Ich suche mir mal eine Originalquelle. Ich gucke mal ins AfD-Grundsatzprogramm und habe mir dann die entsprechende Passage hier ausgedruckt. Natürlich ist es auch interessant, worüber die AfD nicht schreibt. Aber hier schreibt sie zum Beispiel auch, dass sie flexible Modelle einer sich parallel zum Anstieg der Lebenserwartung verlängernden Lebensarbeitszeit wünscht. Also genau das, was Frau Petry im Weltinterview gesagt hat, dann aber nicht gesagt haben will. Genau das steht hier im Grundsatzprogramm der AfD. Leute, ihr sollt länger arbeiten. Und das dann für wahrscheinlich weniger Geld hinterher. Denn in einer anderen Stelle des Grundsatzprogramms wird auch noch ausgeführt, dass die Sozialabgaben sinken sollen. Und wenn die Sozialabgaben sinken, also zum Beispiel der Rentenbeitrag, dann bedeutet das, dass es auf der anderen Seite weniger Geld da ist, um den Rentnerinnen und Rentnern eine wirklich lebenswürdige Rente zu bezahlen. Das ist also die AfD. Die macht Politik fürs Kapital. Die will die Unternehmen entlasten und will die Malocher länger schuften lassen. Aber dann wollen sie es wieder nicht gewesen sein, weil die Malocher sollen sie ja trotzdem wählen. Ich finde das schäbig. Und ich kann euch nur eins sagen, guckt genau hin, was drin ist. Glaubt nicht alles, was oben drauf steht. Und merkt euch nur eins, wenn jemand die Renten erhöht, und zwar für alle, dann ist das die Linke. Wir haben ein Konzept, die Renten zu erhöhen und für alle diejenigen, die Schwierigkeiten hatten, genug Rentenansprüche zu sammeln, eine existenzsichernde Mindestrente einzuführen von 1050 Euro im Monat. Die Linke sagt, niemand soll im Alter arm sein und Flaschen sammeln müssen. Niemand soll im Alter weniger haben als 1050 Euro im Monat. So, und jetzt entscheidet euch, jetzt könnt ihr euch überlegen, wem vertraut ihr? Der Petri, die es nicht gewesen ist, oder uns?